Italiano, was macht der Italiano? 1,5 Sekunden Jetzt Der Stingray haut auch noch mal durch Alter, die Deutsch Mal gucken, ob der vierte jetzt auch hier Wui, Wui, Giganto, wo bist du, Junge? Giganto Giganto klebt hinter Ja, aber die fahren alle ohne Hilfe Okay, der zweite Stingray fährt mit Traktion Ansonsten fahren alle ohne Hilfe Komm Giganto Zeig dem Italiener, was geht ja Er hat aufgegeben Ah, Italiano Was ist los Italiano? Auf Italienisch Arschloch Heißt Apangulo, oder? Ja Es war nur eine Frage Falls jemand das ja die Englisch kennt Apangulo So Fünfte Das ist geil ist, wenn du so Italienisch, Französisch und Englisch äh, mixt, ne? Apangulo, merde, fuck Äh, malaka 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 Da brauchst du noch ein bisschen Spanisch hinterher, ist okay Naja, das war Griechisch Malaka Ist das Griechisch? Ja, hundertprozentig Oh Oh, Alex verliert sogar noch mal die Kontrolle Das heißt aber auch sowas wie Aschloche Äh, Wixer Unsere Griechen sagen immer Aschloche Ja Aber wie gesagt, so Malaka heißt eigentlich du Wichser Ach so, okay Ne, das hat sie noch nie zu mir gesagt Die hat immer nur gesagt, also die Mutter von meiner damaligen Freundin hat immer gesagt Aschloche Ja Ja gut, das liegt daran, dass wir vorher befreundet waren und ich dann mit der Tochter zusammengekommen bin Nudeln oder Reis Nudeln oder Reis Nudeln oder Reis Ah, fast Also das ist schon vorbei So Männerrunde habe ich drauf Gar kein Problem Männerrunde habe ich What's up Wenn jetzt natürlich Alex sagt Oh, äh Das ist mir zu viel Nur Fuss auf Porsche 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 Jetzt kommt die Porsche Inversion das ding man was machst du ja warte ich schreib gerade 79 gt männerrunde das war ihm zu viel zu viele männer kraft also gt3 runde die sind jetzt super 1 ich guck mal wo wir ein bisschen mehr sind so superkars ne das will ich nicht sich 15 von 16 deutsche alter was sind da aber der 15 von 16 kommen alle nicht rein hier spa was haltet ihr hier kommen in der weg nice race zwölf runden welche spa steht da kommt and have a nice race ja was ist ein deutscher sogar ja ist das dann gruppe 3 ja ja wie aus alles mit ja ja okay dann geh mal rein und dann komme ich nach heute haben wir nicht zwei abos mehr heute haben wir zwei abos weniger wie was ja kann passieren doch nur alles gut höchstwahrscheinlich doof geklickt ja oder hinterher wollte noch mal abonnieren das oder dann fühlen sich vielleicht entschieden ja ist doch nicht das was zu mir passt mein gott dann ist es auch alles gut vor gott sagen also so bei männerrunde 41 super die paul du bist aber noch nicht drin oder doch ich bin drin zeigt er mir nicht an ja die sind von in erster von zwölf runden hau mal rein also hier sind franzosen 9 von 16 da gehen wir mal rein sag mal server ja warte das ist ein französer die fahren gerade brents der raum ist momentan nicht verfügbar ok ja ich bin hier noch in übrigen grand prix gruppe 3 geburt training rennen training laufen alles c und d s fahrer also ich bin jetzt bei den franzosen drin wie heißt denn die strecke sagt er also beim franzosen ist es ist das also du mann kann fahren schwecken trail küsste fahren wir jetzt hier gerade ja und einer ist bei wii drin nürburgring gp ja genau also da würde ich glaube ich auch der mikro auch ja also geben wir nur wo gring gp heißt nur 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 die grand prix stecke oder was ja genau also also merkel du bist drin jetzt komm ich komme jetzt gerade ok dann komme ich auch die power ist auch da das heißt die power die power heißt das wenn du nicht dann denke ich immer ich denke immer an girl power dann mann das geht für mich nicht das geht für mich nicht das geht für mich nicht ich denke immer nur an gmg weißt du gmg das steht mit dem gmg ganz schlecht oder wie german power nein gelsenkirchen ach gelsenkirchen power natürlich das ist es ne ja ja klar keine ahnung ich habe mir das irgendwann als kind mal ja wie alt war ich alter was weiß ich äh da war ich 6 ne aber so wie lange ist das her? 2 Wochen? ja genau nein ohne witz wo du damals glaube ich die ersten accounts machen konntest und sowas ich habe meinen account schon seit Jahren das war immer so meine e mail adresse weißt du von daher ich habe meine e 없ens das ist das ist was ich ähnlich das ist ja genau was ich was das Achso, gar keine Kratzonskontrolle. Ja, weiß ich nicht. Ich hab das nicht an. Boah. Ich ja. Ich hab mich schon gewundert, warum ich so ein bisschen rutsche hier. Boah. Stelle auf 5 Kratzonskontrolle. Nee, kannst nichts umstellen. Das ist einfach nicht da. Oh, Danny ist gleich beendet. Toll. Echt? Weiß ich gut. Den muss rennen. Ja, geil. Geil. Ohne Hilfen, ohne Hilfen, ohne Hilfen. Ihr wolltet das so. Nee. Das ist nicht meins. Einfach machen. Ich mach jetzt eh den Bademeister. Mit was für einer Traktion fahrt ihr denn sonst so? Minimum 1. Mit 3. Auch nur mit 1 einzumachen. Nee. Auch bei Regen. Auch kommen mehr raus. Yoey. Viel Takt auf 2. Boah, wir sind wie in vorne. Boah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Boah, boah. Ah ja, was ist das für ein Hüneraufen hier? Boah. 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 Oh, Residenz. Ja, ich wollte... Ey, mein Leckerall kann nicht mehr weiter rum. Ich dachte, ich wäre geghostet. Ich wurde auch in der ersten Kurve komplett abgeschossen und dann den Viertakter und den ersten reingehämmert. Aber es sind ja vier Runden, also es ging doch noch mit 10 von 10. Ja, also ich bin gespannt. Jetzt hier mit ordentlich Gas geben. Die Überschränke, die fahr ich eigentlich ganz gerne. Geil. So, muss ich doch mal gucken, was ich weiß. Nee, hab ich fertig. Jetzt kann ich schon mit Zippen in der Pepe. Alter. Alter, Falter. Alter, ohne Traktionskontrolle. Bei wem seid ihr drin? Bei Philippe oder wo? Ja. Ich glaube, ja. Ich denke, du musst uns wessele. Nee, ich muss das mal tappen wieder. Ja. Ja. Ich glaube, ja.